Musik Auch dieses Jahr war der IDEA Award ein großer Erfolg über 112 Bewerbungen, aus denen wir 10 Start-up-Teams ausgesucht haben. Und für mich als Teil der Jury war es echt schwer, sich für drei zu entscheiden. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Die Information von der erfolgreichen Firma, die am Anfang gegeben wurde, war wirklich super, sehr motivierend. Da wünscht man sich beinahe, dass man wieder die Chance hätte, genau so etwas an der TU München anzufangen als Student. Musik Natürlich empfehlen wir es jedem, sich zu bewerben, weil es immer zum einen natürlich eine große Hilfe ist, überhaupt mal zu üben, auch schon in so einer frühen Stadium zu pitchen, auch von der Jury das auch zu präsentieren. Und es ist auch immer ein guter Step, nochmal alles aufzuschreiben, was man bislang irgendwie erreicht hat. Von daher war es super cool, auch unsere Jury-Präsentation, die wir letzte haben, auch das Feedback kippt natürlich immer extremst. Der IDEA Award freut uns riesig, da mitzumachen. Es ist eine super Erfahrung. Es waren ja hundertstelig Bewerbungen, die insgesamt eingereicht wurden. Davon jetzt zehn am Ende im Finale. Also eine sehr tolle Erfahrung, diese Pitchen, der Preis, das Preis ist freut uns riesig am zweiten Platz. Da sind wir glücklich. Erwartet haben wir es natürlich nicht, denn die Konkurrenz ist sehr hoch. Der erste Platz mit Bebührung ist ein wunderschönes, tolles Projekt, auch genauso der dritte Platz. Wir können auch wirklich nur jeden dazu motivieren, sich zu bewerben, weil das auch wirklich eine super Option ist. Und wir sind danach auch für die Leute da und betreuen die, wie ich gerade hinten habe, meine Karten verteilt unter der Bühne, nach den Fitches, so dass wir wirklich auch jeden auffangen und die Leute dann weiter betreuen. Wir haben bei TUM und TUM Menorship sehr viele Programme, unter anderem das European Venture Program oder das US Venture Program. Wir machen ja schon seit vielen Jahren den TUM IDEA Award. Und er fing klein an mit wenigen Bewerbungen. Und jetzt haben wir weit über 100 Bewerbungen. Und es ist ganz toll zu sehen, wie jedes Jahr die Teilnehmerzahl, aber auch die Qualität der Start-up-Teams zunimmt. Ich glaube, hier an der TUM geht die Post ab. Wir sind die unternehmerische Universität. Und jeder von uns, der die Welt positiv verändern möchte, hat hier die Chance, in einem perfekten Umfeld seine Idee in einem starken Team zu verwirklichen. Wir haben ja schon seit vielen Jahren den TUM.